Hallo, die Notizen-App ist ebenfalls eine neue App bei GNOME 3 zu finden unter Aktivitäten, Anwendung, Anzeigen und einfach hier auf Notizen klicken. Dann Neu und dann kann man Notizen eingeben, zum Beispiel Video erstellen und so weiter. Man kann die Farbe wählen und hier gibt es verschiedene Funktionen, die eigentlich ziemlich selbsterklärend sind. Und wieder zurück und eine neue erstellen. Die Einstellung zu dieser App findet man im D-Conf-Editor unter org-gnome-bi-j-i-ben. Tschau und viel Glück!